Yes, yes, yo! Willkommen back! Willkommen back! Ja, yes, yo! Du sagst halt immer so, yes, yes, yo! Ja, ich sag immer, yes, yes, yo! Das hatte damals Herr Bruchow gesagt und ich fand das mega geil und ich brauchte noch irgendwas für ein Begrüßungssatz sozusagen. Ach so, scheiße! Natürlich die Map, wovon ich kaum eine Ahnung habe. Wir spielen natürlich auch direkt Ranked Match, oder? Das ist Ranked, ja. Ach du scheiße. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Die sind irgendwo bei mir, ja. Das ist eine ganz neue Map, die habe ich auch noch nie gespielt. Die spiele ich als erstes Mal. Das ist dritte Mal. Ja, und ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Wenn ich einen Begrüßungssatz hätte, würde der sich bei mir sagen hören. Willkommen back, ihr kleinen Honigschlecker. Ja, das ist der gute Vini. Ja, voll geil. Okay, ähm. So scheiße, ich muss gleich erst mal wieder auf die Steuerung klarkommen. Ach, meine, meine. Ja, das weiß ich auch noch. Danke. Warte, was war Nahkampf? V. V. Das war ducken. Das war hinlegen. Okay, mehr brauche ich glaube ich nicht. Wollen wir vielleicht ein bisschen zusammen reingehen? Ja, dann ist Puls. Ab geht's schon. Nice. Ich komme mal runter zu dir, Vini. Oh lol. Wollen wir hier rein vielleicht? Ich habe schon bei mir ein Fenster offen. Ah, scheiße. Ja, das ist bei mir nämlich relativ nah am Punkt. Ja, ich habe direkt die Bombe vor mir. Wenn man hier platen würde, hätte man... Ja, warte, ich gehe mal hier. Die Drohne ist 5, ne? Ne, scheiße. Der war mit der Drohne raus. Wo ist denn? Er ist was? Du musst nicht, wie rum die Drohne schauen. Ist da was unter dem Fenster? Unter dem Fenster... Hey. Neben dem Raum ist halt gar keiner. Das sind erst neben... Bitte. Okay, einer ist vorbeigelaufen. Drohne A, da ist niemand... Ah doch, da ist einer drin. Okay, der war meint. Doch, hast du mir meinen Kill weggenommen? Ich... Ich habe den bei der Tür getötet, hier. Ah ne, dann liegt da noch mal einer geingelt. Bei A ist einer in Raum, pass auf, Winnie. Okay, der war meint. Ich habe keinen gesehen. Ah, scheiße. Schöne Runde. Schöne, schöne Runde. Okay. Ach man, lass mich doch mal den neuesten. Wer hat den neuesten genommen? Ach man... Ja, ich muss den doch mal zeigen, hier. Was kann die eigentlich so tolles? Die kann nur schleichen, ne? Und mehr nicht. Ja, und die Leute verhorchen, dann siehst du... Ich glaube 10 Sekunden lang, wo die Gegner sind. Aber das kannst du nur bei Gage hatten, glaube ich. Oder von hinten. Ne, du kannst auch von hinten. Wenn du von hinten kommst, kannst du F drücken und dann tust du die so... Verhören. Welche Waffe empfehlt die mir denn bei der? Schroßplinte und ja, bei der anderen. Aber mach bei der Zweitwaffe keinen Laser drauf. Laser mach ich sowieso nie drauf. Ja, die haben es im Video halt gehabt eben. Von der Operation. Und da hatte ich den auch drauf. Und das verrät dich übel. Wenn du zum Beispiel hinter deiner Ecke sitzt und versuchst umzu-aimen. Weil die Handwaffe macht laut Daniel, also er sagt zumindest 90 Schaden oder so. Versteht 90. Oder 99 Schaden vorschuss. Ja, das ist krass. Weiß nicht, ich finde den Laser sowieso relativ scheiße, weil... Ja, das brauche ich auch, aber das steht trotzdem 99. Hallo. Danke. So, ich habe eine Drohne bei mir gehört. Wo bist du da? Ach du Scheiße, die haben das ja auch mit der Rüstung komplett geändert. Das sieht ja jetzt komplett anders aus. Ja, das ist cool finde ich. Ja. Aber was mir auffällt, hier kann man jede Wand einschlagen, ne? Da ist die. Ist aber komplett zerstört. Zwei haben Rüstung noch nicht genommen. Ja, ich, warte ich. Kann man sich denn am besten schlau hinstellen? Oh lol, jetzt fährt's das auch. Ja, also ich sehe noch keinen hier. Wir müssen erst Genjot sein. Ich kenne den Web halt leider überhaupt nicht mal. Nein, leider auch. Oh, total. Ja, ich weiß halt nicht auswendig, wo die ganzen Spots sind. Von den Kameras und alles. Ich auch noch nicht alle, aber die meisten. Ja, die wollen rein. Da sind die. Ach du Scheiße, die sind bei mir direkt. Da ist so eine Treppe da, wo sie aufgeturmelt haben. Hier ist jetzt auch Treppe und schaut in den Raum rein. Ja, zwei Leute sehe ich da. Zwei Leute? Okay. Ich lade einmal mein Ding jetzt auf und dann sneak ich einmal nach oben. Oh. Da ist ein Seil. Haben? Da hinten. Wo schießt der? Da. Ja. Ey, von da schießt einer auch, aber ich sehe den. Ja, die haben von... Das ist halt die Schlimme an dem Map-Druck, haben sie überall einen. Ich hab's nicht ge... Oh. Die kommen von überall... Ach du Scheiße. Über die da drüben. Überall. Das kann doch nicht jede Scheiße, was durchschießt. Das ist nicht gut. Versteckt. Ja. Gucken wir mal, was Schameras gibt. Ich bin hier echt minimal gefickt. Außer hier sind die Kameras echt gut versteckt. Ja, es ist da ein Lackbörb. Dreck. BAM! Ach du Scheiße. Der ist draußen. Daraus nen Blackbeard. Er läuft da. So. Ich sehe nicht. Du Scheiße, der ist ja auch fast down. Wieso hat der denn keine Rüstung? Ah, eigentlich. Ach, Mann ey. So nach links. Okay. Wie wär's denn wenn er rotiert? Und warum... Warum... Ich versteh's einfach nicht. Warum schützt man einen Laser? Da. Nice. Lol, den hatte ich wohl noch irgendwie gehittet. Krass, wie? Egal. Ey, der ist vor mir. Das geht nicht. Was? Ich bin vor dir? Nee, jetzt bin ich. Du bist letzter glaub ich. Ich hab 2-1 oder sowas. Nee. Reich ist vor allem letzter. So. Und der hat so geile Explosivpfeile hab ich schon mal gespielt. Das sind keine Explosivpfeile. Das sind Gaspfeile und Rauchpfeile. Ja, aber die... Wenn du die triffst, irgendwie gibt's da Hard-Damage irgendwie. Und das sieht so aus, als wenn die brennen. Aber es ist Gaspfeile. Von mir aus. Ich weiß. Gaspfeile. Ich weiß, Mann. Die mögen anschein Gaspfeile. Du musst deinen Dronen, um eine Bombe zu befinden. So. Was wir eigentlich sogar vermuten, dass die Aparna dann T4 im Angriff bekommen. Ich hab alles. Kopierer. Ach du Scheiße. Es wär voll geil, wenn die so ein Samurai-Schwert hätten. Ja. So als Bau fang ja so ein Serien-Schwert aus. Aber dann wär das ja ne Mischung noch mit dieser Favela, die da auch noch so schnell wär. Ja. Hier sind die. 10 Sekunden. Ich weiß leider nicht wo hier ist. 5 Sekunden zu gehen. Irgendwo als wo ich war. Keine Ahnung. Ich weiß. Kennen die Map nicht. Der Dronen hat eine Bombe. 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 Who will? Kann mir jemand verraten wo hier die Kamera ist? Na ja die ist schon da und die war hier irgendwoека. Ne irgendwo ist hier noch eine. Ich wollte schon wieder gesichtet, also eben. Ah, hier hängt sie, hier, guck. Wo bist du denn? Da, okay. So. So. Was macht ihr denn da? Oh, scheiße. Ich glaube, wir brauchen beide mal krass Hilfe. Ich bin da gerade vom Dach runtergefallen. Zwei Leute. Doch, ein bisschen bis ich da bin. Es war minimal nurig von mir. Aber danke. Ich komme gar nicht mehr auf das Spiel klar, ey. Ich bin hier, die ist da drinnen. Ich weiß. Hätte ich dir sagen können, hättest du mir gesagt wo du bist. Oh. Ich gehe gerade so in die Treppe rein, auf einmal kommt die so rausgerannt und schießt nach hinten. Da würde ich nicht mehr reingehen. Da würde ich nicht mehr reingehen. Da habe ich zwei Kameras gesehen. Da habe ich zwei Kameras gesehen. Da habe ich zwei Kameras gesehen. Ich bin da. 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 Da habe ich zwei Kameras gesehen. Da habe ich gesehen. Er hat geschaut. Er hat geschossen. Ich habe keine Drohne mehr. Ich habe A im Blick. Ja, der ist dahinter der Theke. Ja, der ist dahinter der Theke. Ja, ja. Nur, dass ihr... Ja, was ist das Koffer denn? Und wo? Ja, wo wird denn jetzt der Joel? Ja. Ach du Scheiße. Oh, ich bin sowas von nicht mehr in dem Game drin. Die kommt am Fenster vorbei. Naja, vielleicht ist da einer drin. Die stehen zwei Stück und guckt mich an. Oh man. Aber was die auch wieder für einen Lack hatte, dass die in dem Moment um die Ecke kommen. Oh yeah. Habt ihr auch Payday? Zwei. Wir hatten es zum Testen, ja. Ja, aber jetzt nicht. Ach man, Boys. Holt euch doch mal das Game. Das Game ist geil. Ich habe sie sogar noch installiert, glaube ich. Ja, du musst es ja noch spielen. Oder? Nee, Payday ist gar nicht mehr da. Hat sich die System installiert, nachdem es abgelaufen ist, dieser Testphase? Warum geht man raus, ey? Ich verstehe es nicht. Ah, egal. Äh, ich wäre dafür, dass wir gleich nochmal irgendwie ein, zwei Runden einfach normalen Modus spielen. Vielleicht ohne Aufnahme, damit ich mich einfach ein bisschen reinkomme, weil ich glaub sonst... ...wird das... ...ja... ...ja... ...ich meine nur, damit ich erstmal ein bisschen reinkomme. 20 Euro kann ich jetzt mal... ...20 Euro? Guck mal bei Instant Gaming... ...nach über meinen Link, dann kriegst du ja noch Rabatte. ...ja... ...nach über meinen Link. Hä? Nein, ich bin doch nicht dein Geld, Link. Ne, ich meine, nur dass du mit dadurch krasse Rabatte bekommst. Ja, ja, du willst eh nur mein Geld, Alter. Ja ich krieg davon kaum was ab, aber egal, krieg ich hier ein Loch rein, nein, ich hab nicht so viel Geld, ich bin arbeitslang, tja, lass dich nicht mehr, du bist arbeitslos, kann jemand mit der Shotgun herkommen, mach mal hier ein Loch rein, jetzt bist du runtergedruckt, hier, warte, da, ich muss wieder hochkommen, da gab er wunden, ich verstehe diese Map nicht, hier, 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 na gut, jetzt läuft er weg, jetzt hat er Angst, die Barsen rennen alle rum, alle, alle, hier ist noch ein, da, Drei 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 Ich versuche die ganze Zeit hier einen draußen zu spotten, oder? Drei Drei E בה Drei 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 controls Drei 1992 E Drei 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 Hier, der Fuse. Ich senke ihn ab. Fuse ist oben irgendwo. Boah, Alter, leck mich am Arsch. Nein, der war tot. Nein, der ist nicht beim Leben. Doch, der war tot. Alle waren tot. Boah, Alter, wie ich minimal überfordert bin mit dem Game, wenn du zwei Monate oder so nicht spielst oder auf jeden Fall nach einer halben Ewigkeit und dann wieder reinkommst. Das ist... Man spielt jeden Tag. Ja. Ich bin im Moment so ein bisschen auf dem Payday-Trip und Overwatch-Trip. Ja, du willst ja nicht mit mir Overwatch spielen. Du hast Overwatch? Dann lass gleich eine Runde starten. Daniel hat auch Overwatch. Ja, ich spiel erst seit zwei Tagen Overwatch, von daher don't flame me. Baby, don't flame me. Man, ich hab nur noch einen Reproduktion. Ah, ist eine gute Idee. Ich kann mal einen Schluck Wasser nehmen. Wasser. Ja, gut damit. Ich hab das letzte Mal Wasser vor fünf Jahren getrunken oder so. Ich trink nur... Jeden Tag Wasser, der beste. Oh. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Wasser, Alter. Wasser, Alter. Und ich mal den trinke, wenn ich mein Eiweiß trinke, aber sonst... Scheiße, Alter. Auf der Verpackung stand drauf, der Eiweiß soll nach Maracuja... ne, nach Blutorange schmecken. Weil das ja immer stimmt. Ja, und weißt du, der schmeckt einfach nach... Nach Eiweiß, stell dir vor. Ausgekotzt, draufgeschissen, gegessen, Alter. Sogar ich jetzt. Ja, ich trinke das und danach hab ich Bauchschmerzen und brechen heute. Boah, will die Leiter mich flachsen, ey. Einmal rein. Irgendwo wurde ich schon wieder gesehen und ich hab ein gutes Gefühl dabei. Boah, Alter, wie laut die... Waffe ist, ey. Loil. Hört mehr von gegen. Buspuls? ey kann man auf der map so viel kaputt machen das ist ja echt nicht mehr feierlich hey fuck you pulse ihr habt das toll gemacht ich hab nichts gecheckt aber ey sehr gut gemacht beschreibt man noch mal im game also du warst vor mir dafür dass ich nichts gecheckt habe seid ihr ganz schön schlecht ich hab keine gegner mehr gefunden oh scheiße naja aber eine schöne runde um wieder rein zu kommen oh ja ich finde das aber alles ziemlich geil was sie aus dem game gemacht haben muss ich mal sagen ja ich finde es auch mal krass man kann laufen und schießen gleichzeitig krass naja naja dann würde ich sagen haut rein bis zur nächsten folge und tschau wo ist einer genau weg gehen wir weg sonst schieße ich ab ich bin mit der drohne drin er hat sie vier aufpassen nicht rauskommen er ist aber ulo ich hab den schon einmal getroffen nice weiß ich das noch einer rechts unten rechts unten der tür ach ja ja der ist schon da bin ich endlich entschieden zu starten das ist das basement ja perfekt aber du bist jetzt auch mal wieder da bin ich schon die ganze zeit da nachdem ich aufgeräumt hab nachdem ich kurz die fünf leiten energie dosen mitgebracht habe